das Recht auf menschenwürdiges Wohnen und auch da ist es notwendig in einer sozialen Marktwirtschaft, dass geschaut wird, was passiert denn durch diese Fusion. Deshalb kümmert sich auch das Kartellamt darum und muss prüfen, ob durch diese Fusion eine Marktbeherrschung eintritt. Nun ist es bei diesen beiden Konzernen, der Vonovia und der Deutschen Wohnen AG nicht das erste Mal. Bereits 2015 hat es den Versuch übernommen, damals mit einer sogenannten feindlichen Übernahme der Vonovia genau die Anteile von der Deutschen Wohnen zu übernehmen. Auch damals hat das Kartellamt geprüft. Am Ende der Prüfung hatten sie keine Bedenken, aber die Aktionäre der Deutschen Wohnen und das war der Grund, warum es damals gescheitert ist. Jetzt aber liegen ganz andere Voraussetzungen und Vorzeichen vor. Als die Nachricht von der geplanten Fusion durch die Ticker ging und kurze Zeit später, man sah, dass der regierende Bürgermeister in Berlin, Herr Müller, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Vonovia bereits einen Kompromiss präsentierte. Also klar wurde, dass auch der Vonovia sehr bewusst ist, dass diese Fusion nicht ohne Zugeständnisse funktioniert und man dort zum Beispiel präsentierte, dass die kommunale Wohnungsbaugesellschaft 20.000 Wohnungen der Vonovia übernimmt. Man sich auf eine mehrjährige Mietpreisdeckelung einigte. Da dachte ich mir eigentlich, warum ist es hier so ruhig in Dresden. Zwar hatte der Oberbürgermeister in der Zeitung erklärt, dass er kritisch diese Pläne prüfen wolle. Nun denke ich aber, dass eine allzu lange Prüfung meistens dazu führt, dass man zu spät kommt. Und das war dann auch der konkrete Anlass für die Dissidentenfraktion diesen Eilantrag zu stellen, in dem sehr konkrete Verhandlungsziele mit der Vonovia formuliert wurden. Nämlich die Fortsetzung über die bereits ausgelaufene Sozialkarte hinaus für die nächsten Jahre. Ferner die Belegungsbindung über 2035 hinaus sicherzustellen. Ferner auch ein Mietenmoratorium für einige Jahre und eben auch Kauf von Wohnungen in den Gebieten, in dem die neue Gesellschaft über 25 Prozent Markteinteil hat. Dann rauschte glücklicherweise der Brief des Kartellamtes ein, der mit der Frist zum 14. Juni die Stellungnahme der Stadt einforderte und auf die ja Herr Oberbürgermeister auch schon eingegangen ist. In dem Brief wird eine sehr interessante Frage gestellt, wenn es um die Frage der Marktbeherrschung hier in Dresden geht. Nämlich, wie beurteilt die Stadt eigentlich den Wohnungs- und Mietmarkt in Dresden? Ist es ein einheitlicher Markt oder muss man genauer hingucken? Und das ist in der Tat sehr spannend, weil diejenigen, die sagen, naja, 18 Prozent Marktanteil, übrigens in Berlin ist es nur die Hälfte dieses neuen Konzerns, ist ja noch keine Marktbeherrschung. Das stimmt eben nicht, weil zwei weitere Faktoren für die Betrachtung eine große Rolle spielen. Erster Faktor ist, wo sind eigentlich die Wohnungen konzentriert? Sind sie in einem Stadtteil konzentriert? Und die Menschen sind ja nun auch nicht so mobil, dann muss man eben genau hinschauen, wie sieht es in den Stadtteilen aus und da kommt man schon leicht, wenn man zum Beispiel sich Polis und die Johannstadt anguckt zu dem Ergebnis. Naja, da ist schon eine gewisse Marktbeherrschung da. Und dann ist der zweite wichtige Punkt, in welchem Segment werden hier eigentlich Wohnungen vermietet? Und wir reden sozusagen nicht um den Vergleich Penthouse-Wohnungen gegen Sozialwohnungen, sondern wir reden tatsächlich, in welchem Segment vermietet denn eigentlich die Vonovia? Und auch da kommen wir zu dem Ergebnis, dass maximal noch die Genossenschaften quasi Konkurrenz sind. Und vor diesem Hintergrund ist es völlig richtig, dass wir hier heute darüber sprechen, wie wir auf die Anfrage der Kartellbehörden reagieren. Und ich bin deshalb froh, dass der Oberbürgermeister dies zur Chefsache gemacht hat. Wir begrüßen das ausdrücklich. Er musste sich ja auch nicht ganz viel Mühe geben, was seinen eigenen Änderungsantrag angeht. Der größtenteil von den Dingen, die dort drinstehen, stand ja bereits in unserem Ursprungsantrag drin. Deshalb werden wir auch seinen Änderungsantrag unterstützen, zumal er ja auch eine konkrete Zahl genannt hat, nämlich von 5.000 Wohnungen, um die es hier auch bei einem Rückkauf geht. Deshalb kann ich nur diesen Stadtrat auffordern, in einer solch wichtigen Frage zumindest eine Teilkorrektur einer falschen Entscheidung von 2006 vorzunehmen und diesem Eilantrag, der qualifiziert wurde, durch den Änderungsantrag bzw. den Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters, ihre Zustimmung zu geben. Bitte haben Sie heute den Mut, dies zu tun. Vielen Dank. Soweit erst einmal die Einbringung des Antrages. Jetzt liegen mir sehr, sehr viele Ersetzungs-, Ergänzungs-, Änderungsanträge vor. Ich würde Ihnen auf den Vorrang lassen. Herr Oberbürgermeister, ich möchte ausdrücklich rügen, dass wir diesen Programmpunkt heute als Eilsache hier behandeln. Ich kann diese nicht als solche erkennen. Das ist aus meiner Sicht ein Verstoß nach 36, Gemeindeordnung. Auch die Einbringungsrede von Herrn Schmelich, vielleicht war es doch gut, dass ich sie noch einmal gehört habe. Ich konnte auch in Ihren Worten das nicht erkennen, dass das eine Dringlichkeit erfordert, wie es drinnen steht. Man hätte das in die Gremien bringen können, die Beratenden. Ich möchte das bitte ins Protokoll aufgenommen werden, wissen. Und schließlich, wir werden überprüfen, ob wir das so akzeptieren, den Beschluss, wenn er heute durchkommt. Danke. Also, Sie können es auch in der Gemeindeordnung nachlesen, wie Eilbedürftigkeiten festgelegt werden. Die haben Sie sogar hier abgestimmt. Und damit auch noch einmal klar, auch mehrheitsmäßig des Rates uns dazu begründet. Und insofern fahren wir jetzt fort. Ich sage ja, wenn ich mich jetzt einmal unterbrochen habe, auch die Entschuldigung ist mir durchgegangen mit der Konzentration auf diesen Tagesordnungspunkt, dass wir üblicherweise nach der Pause erstmal nicht öffentlich hineingehen. Das würden wir nach Behandlung dieses Punktes dann nachholen, den einen nicht öffentlichen Punkt, nur falls der eine oder andere sich dann gewundert hat. Das war mir jetzt selbst durchgegangen. Und wir steigen ein in die Vorstellung der verschiedenen Änderungsersetzungsanträge. Fraktion Die Linke, Herr Scholbach, Fraktion. Also ich mache es so, wie es auch reingegangen ist, Freie Wähler. Dann kann AfD und FDP ebenso das Wort ergreifen. Zunächst Herr Scholbach, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben seit mehreren Jahren bundesweit einen ganz klaren Trend. In den großen Städten wird bundesweit mit Wohnungen Monopoly gespielt, zu Lasten der Mieterinnen und Mieter. Und es betrifft inzwischen nicht mehr nur die ärmeren Bevölkerungsschichten. Inzwischen ist auch die Mittelschicht betroffen, die große Sorge hat, ob sie sich wird ihre Wohnung in Zukunft noch leisten können, die vielfach überhaupt gar keine bezahlbare Wohnung mehr finden. So auch in Dresden. Und hier in Dresden kommt noch verschärfend etwas hinzu. Und das sind die Folgen des Woba-Totalverkaufs von vor anderthalb Jahrzehnten. Damals hat sich die Stadt entschuldet und die Zeche zahlen bis heute die Mieterinnen und Mieter hier in der Stadt Dresden. Und zwar nicht nur die Mieterinnen und Mieter der ehemaligen Woba, sondern alle, weil sich der gesamte Mietmarkt deutlich erhitzt und verschärft hat durch die Preistreiberei von Vonovia, wie wir sie hier seit Jahren erleben. Und deshalb haben wir von der Linken schon seit vielen Jahren gesagt, dieser Fehler muss korrigiert werden. Und zwar mit allen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit einer Mietpreisbremse. Da haben wir zum Beispiel die Wiedergründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, wie wir es in der vergangenen Wahlperiode durchgesetzt haben. Diese Wohnungsbaugesellschaft hat begonnen mit dem Bau von Wohnungen. Die ersten Wohnungen sind fertig, sie werden vermietet. Aber es ist auch klar, dass das ein Projekt ist, bei dem man einen langen Atem benötigt, bis eine größere Anzahl an Wohnungen aufgebaut ist. Und das heißt, wenn wir Gelegenheit haben, Kontrolle über den Wohnungsmarkt zurückzuerlangen, wenn wir Gelegenheit haben, Wohnungen zu rekommunalisieren, dann sollten wir diese Gelegenheit auch beim Schopfer packen und dafür sorgen, dass private Wohnungen von großen Konzernen wieder in die kommunale Hand kommen, damit wir hier etwas tun können für die Mieterinnen und Mieter, meine Damen und Herren. Nun ist es so, hier ist heute ein Vorschlag gemacht worden. Aber wir kennen doch alle unseren Oberbürgermeister, Entschuldigung, der ist von der FDP. Das ist doch kein Freund der Mieterinnen und Mieter. Der hat einfach nur das kommende Jahr und den Wahltermin im Blick. Und so sieht auch sein Antrag aus. Viel, viel Rauch, wenig Substanz. Wenn wir uns mal den Text anschauen, alles wolkig. Das soll über eine Option verhandelt werden, von bis zu 5.000 Wohnungen. Also wirklich, was ist denn das für eine Formulierung? Was sollte dabei herauskommen? Ich finde, wenn wir wirklich hier was erreichen wollen, dann müssen wir auch eine ganz klare Marschrichtung geben, meine Damen und Herren, und müssen uns ehrgeizige Ziele setzen, weil ansonsten wird nicht viel rauskommen. Und deshalb haben wir uns mal angeschaut, wie viele Wohnungen hat denn die Deutsche Wohnen in Dresden. Das sind exakt 6.800. Und um diese Marktmacht würde der Vonovia-Bestand wachsen. Und deshalb schlagen wir vor, den Oberbürgermeister zu beauftragen, zu verhandeln, und zwar über den Ankauf von eben diesen 6.800 Wohnungen, und zwar von mindestens 6.800 Wohnungen. Mit diesem ehrgeizigen Ziel wollen wir hineingehen. Das Zweite ist belegungsgebundene Wohnungen. Wir wissen alle, die laufen im Jahr 2035 aus. Und was finden wir beim Oberbürgermeister? Keine einzige Zahl zu den belegungsgebundenen Wohnungen. Nichts. Und deshalb sagen wir, wir müssen ganz klar den Auftrag erteilen, die Verlängerung des belegungsgebundenen Wohnraums für genau diese 10.000 Wohnungen, damit wir hier auch mit diesem ehrgeizigen Ziel reingehen. Und ein weiterer wesentlicher Punkt, wir brauchen einen Mietendeckel. Die Vonovia erhöht und erhöht und erhöht Jahr für Jahr für Jahr die Mieten. Die nehmen alles mit, was geht. Und deshalb müssen wir sagen, wir müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, sozusagen dort mal richtig auf die Bremse zu treten. Und deshalb sagen wir klipp und klar, wir müssen die begrenzen, und zwar jährlich höchstens 1% bis zum Jahr 2035. Meine Damen und Herren, wir sollten hier tatsächlich selbstbewusst als Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hineingehen. Nicht zu kleinlich. Das ist jetzt die Aufgabe, wenn wir hier diesen Immobilienriesen entgegentreten. Das sind wir den Mieterinnen und Mietern schuldig. Es muss hier was passieren im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Und deshalb werbe ich dafür. Stimmen Sie unserem Ersetzungsantrag zu. Vielen Dank. Als nächstes hat die Möglichkeit, Fraktion Freie Wähler ihre Änderungen vorzustellen. Herr Nietzsche. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich ziehe hiermit unseren Änderungsantrag zurück. Denn wir haben keine Ergänzung, sondern haben eine, denke ich mal, wesentliche Verbesserung, wenn wir einen Teil unseres Antrages mit in einen später eingebrachten Ersetzungsantrag mit aufnehmen. Wir haben auch in unserem, in dem weiteren Antrag einen ganz anderen Ansatz, als den, den wir hier haben. Da würde ich dann später nochmal drauf zukommen. Ich möchte bloß an dieser Stelle eines sagen. Uns sind die Dresdnerinnen und Dresdner wichtig. Die Dresdnerinnen und Dresdner, die ihre Stadt lieben. Und die Dresdnerinnen und Dresdner, die auch in ihrer Stadt investieren. Und wir sind der Meinung, wenn man seine Stadt liebt und wenn man in seiner Stadt Wurzeln schlägt, dann ist man auch bereit, in seiner Stadt zu investieren. Und genau aus dem Grund freue ich mich, dass die FDP in ihrem Ersetzungsantrag, der gleich eingebracht wird, einen wichtigen Punkt aufgenommen hat, nämlich die Option zum Erwerb von Mietern. Eine Option, die mir in den Anträgen, die bis dato vorgelegen haben, vollkommen fehlt. Ich möchte nochmal an das Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden erinnern. Unter dem Punkt 3, 2 soziale Mischung steht nämlich folgendes Ziel. Die Landeshauptstadt Dresden unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Bildung von selbstgenutzten Wohneigentum. Und diese geplante Fusion, die jetzt kommen wird, die ist die Möglichkeit, um genau diesen Schritt zu gehen und die Dresdner beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen, indem man nämlich in eventuelle Verhandlungen und Gespräche mit aufnimmt, dass mindestens 2000 Wohnungen durch Mieter erworben werden. Und wenn wir diese 2000 Wohnungen und die eventuell noch zu benennenden 5000 Wohnungen, die man in anderen Segmenten von den Unternehmen wie zum Beispiel Vonovia beziehungsweise Deutsche Wohnen in der Summe betrachtet, dann gehen Sie auch über die Wohnungen, die die Linke gerade genannt hat und die Forderungen der Linken, nämlich von 6800 Wohnungen darüber hinaus. Es handelt sich dann nämlich um 7000 Wohnungen. Ich möchte nur nochmal an eines daran erinnern, der Wert der beiden Unternehmen, die fusionieren, der beläuft sich, der Immobilienwert, auf 90 Milliarden Euro. Bei der Anzahl der Wohnungen, die diese beiden Unternehmen besitzen, ergibt sich ein Durchschnittspreis von Wohnungen von 166.000 Euro. Wenn wir 5000 Wohnungen kaufen, sind das 833 Millionen Euro. 833 Millionen Euro, die in einer Vorlage des Oberbürgermeisters stehen, bis zu 833 Millionen Euro, wo es keine Gegenfinanzierung gibt. Und selbst wenn es bloß 100.000 Euro pro Wohnung wären, es ist immer noch eine halbe Million, die man uns hier unterschieben will, bis zu einer halben Million, bis zu einer halben Milliarde, Entschuldigung. Es ist so eine immense Summe, die man uns hier einfach unterschieben will. Da kann man nur so eins sagen, bei dem Antrag ist man fassungslos. Soweit bis hier. Als nächstes will ich nochmal Herrn Nitsch hinweisen, wir wollen jetzt bei den Änderungsanträgen einbringen und nicht bei einer Diskussionsrunde, die kommt danach. Aber ein nächster Änderungsantrag kam von der AfD. Bitte schön, Herr Lange. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Auch die AfD hat kurzfristig, er kennt natürlich auch den Ansinnen, den Wohnungsmarkt positiv zu beeinflussen. Und ein wesentlicher Punkt, der uns am Herzen liegt, in unserem Ergänzungsantrag, klar, eine Verhandlung, Option bis zu 5.000 Wohnungen. Man kann darüber reden. Aber, wie gesagt, Immobilien sind zurzeit nicht billig. Es gab günstigere Zeiten, Immobilien zu erwerben. Der nächste wichtige Punkt ist für uns, von bebaubaren Grundstücken zu erwerben, von der Vinovia, beziehungsweise Deutsche Wohnung, zur Schaffung, wichtig, Entwicklung von familienfreundlichen Wohnungseigentumskonzepten, etwa zur Einführung eines einheimischen Modells. Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Das heißt, wir möchten diese Gelegenheit noch einmal nutzen, damit Familien oder auch andere, die das wollen, sich Eigentum erwerben können. Das ist extrem wichtig. Wir haben, ich habe das vorhin schon gesagt, in Deutschland gegenüber vielen anderen Staaten die geringste Eigentumsquote mit Abstand. Und das ist das größte Armutsrisiko, wenn ältere Menschen keine Bleibe haben. Und wenn wir das ändern können bei dieser Situation, lege uns das als AfD extrem am Herzen, wenn wir in Dresden es schaffen, jungen Familien und jungen Menschen die Möglichkeit zu schaffen, Wohnungseigentum zu erwerben, weil wir als öffentliche Hand dies begünstigen, dann würde ich sogar gerne dafür Steuern zahlen. Dankeschön. Und jetzt, Herr Blödner, für die FDP den Ersetzungsantrag bitte, uns einzubringen. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Konzentration auf dem Dresdner Wohnungsmarkt entgegenwirken. Aufgeschreckt vom geplanten Zusammenschluss von Vonovia und Deutsche Wohnen geht es jetzt etwas sehr schnell. Für Dresden ergeben sich bei der zukünftigen Entwicklung des Dresdner Wohnungsmarktes durchaus einige Fragestellungen. Das Rathaus prüft ja schon die Anfrage des Kartellamts und sollte sie entsprechend umfangreich beantworten. Aus Sicht der FDP-Fraktion sind solche großen Zusammenschlüsse und den danach zu erwartenden Marktanteilen mit großer Vorsicht und Skepsis zu begleiten. Entsprechend besteht auch für uns die Notwendigkeit, sich mit dem Thema vertieft auseinanderzusetzen. Dabei geht es uns nicht um den Kauf von Wohnungen durch die Stadt, sondern um den Erhalt eines funktionierenden Marktes und auch ein Wettbewerb der Vermieter um ihre Mieter. Auch wenn es immer wieder herbeigeredet wird, Dresden hat nicht die Probleme im Wohnungsmarkt wie andere Städte. Es wird viel gebaut. Klar steigen auch die Preise mit immer neuen Standards und Rahmenbedingungen, beispielsweise bezüglich der Energieeffizienz. Aber in Summe ist der Markt intakt. Die WID bietet die Sozialwohnungen zu Preisen an, die man auch weiterhin problemlos im freien Markt in Dresden erhält. Aber das wird nur so bleiben, wenn wir genügend Angebot haben und nicht einzelne Anbieter eine solche Marktmacht in einzelnen Stadtteilen, Preis- oder Wohnungsgrößensegmenten haben, dass sie alleine höhere Preise durchsetzen können. Genau diese Gefahr droht und aus unserer Sicht ist dazu eine vertiefende kartellrechtliche Prüfung notwendig. Allerdings muss uns auch klar sein, dass das Kartellamt 2015 schon einmal anders entschieden hat und eine vertiefende Prüfung nicht für notwendig erachtete, als schon einmal eine Fusion im Raum stand. Für uns ist klar, als Stadt werden wir nur Handlungsspielräume im Hinblick auf die Fusion haben, wenn ernsthafte Bedenken gegenüber der Marktmacht berechtigt sind. Und dann sind auch Verhandlungen beispielsweise zu den Belegrechten angebracht. Aus städtischer Sicht ist es nicht gut, wenn wir diesbezüglich von einem Anbieter abhängig sind. Da muss auch unser Ziel sein, die Bedarfe breiter zu streuen. Zum anderen stellt sich die Frage, was mit Beständen passiert, die über das, was für einen gesunden Wettbewerb innerhalb eines Unternehmens akzeptabel ist, hinausgehen. Da muss dann auch ein Verkauf an andere Wohnungsunternehmen im Raum stehen. Nur so sichern wir einen funktionierenden Markt. Aber das heißt an keiner Stelle, dass dies die WID oder andere städtische Gesellschaften kaufen sollten. Was bringt denn der Kauf von Wohnungen, die sowieso schon vorhanden sind? Die werden auch sowieso vermietet und außer Kosten wird dies der Stadt keinen Mehrwert bringen. Dabei nach Berlin zu schauen ist dann auch immer etwas merkwürdig, wenn man den Umgang mit Vorkaufsrechten, Aufkauf von Wohnungen etc. sich anschaut. Dann stellt man fest, dass es ganz viel kostet, aber nichts bringt. Berlin versucht seit Jahren das Problem städtisch durch Käufe und Regulierung zu lösen, mit quasi negativem Erfolg. Der Wohnungsmarkt funktioniert immer schlechter. In Dresden sind wir dabei eigentlich auf dem richtigen Weg. Letztes Jahr scheint der Tiefstand beim Leerstand durchschritten. Angebot und Nachfrage passen wieder. Die Preisentwicklungen sind zwar in den letzten zehn Jahren noch über Inflation, kam aber auch von einem sehr niedrigen Niveau. Entsprechend muss unser Hauptziel sein, den Wettbewerb zu erhalten. Daher unser Ersetzungsantrag. Dieser basiert auf dem Änderungsantrag des OB. Vorneweg wird ein zusätzlicher Absatz eingefügt, der stärker auf eine vertiefende Überprüfung des Kartellamts dringt. Die Grundproblematik der Marktanteile in einzelnen Segmenten und Stadtteilen bis zu 50 Prozent erscheint sehr prüfungswürdig. Nur mit einer vertiefenden Prüfung werden wir Möglichkeiten der konkreten Verhandlungen und Einflussnahme finden. Darauf aufbauend muss dann das Ziel die Reduktion von Marktanteilen sein, damit ein fusioniertes Unternehmen nicht zu groß ist. Entsprechend erscheint der Verkauf von Wohnungen sinnvoll, aber eben nicht an die Stadt oder städtische Unternehmen, sondern andere Wohnungsgesellschaften, Genossenschaft oder Eigentumswohnungen an einzelne Mieter. Das ist auch der Hauptunterschied zum Änderungsantrag OB. Dies betrifft die Neuformulierung des Punktes A. Zusätzlich noch ein neuer Punkt E, der auch die Option zu Käufen durch die Mieter eröffnen soll, wenn es zu Wohnungsabgaben kommen sollte. Die weiteren Punkte des Änderungsantrags des Oberbürgermeisters erscheinen uns sinnvoll. Entsprechend sind diese identisch. So ist das Thema Belegungsrechte ein wichtiges Thema, welches angegangen werden muss, da man ja dann eine gewisse Abhängigkeit als Stadt hat, die problematisch ist. Unser Ersetzungsanschlag beschreibt den konsequenten Weg, den wir gehen sollten. Wir bitten daher um Zustimmung für unseren Antrag. Dankeschön. Bevor wir dann in die Fraktionsrunde eintreten, noch einige Sätze von mir vorneweg. Wir haben unmittelbar, nachdem die Fusionsankündigung in der Öffentlichkeit war, uns hausintern aufgestellt und arbeiten intensiv daran, lange bevor das Kartellamt sich gemeldet hat, dass wir uns mit der Situation des Dresdner Wohnungsmarktes und unter Beachtung dieser Fusion auseinandersetzen. Wir sehen das schon. Die weitere Konzentration, gerade auch in gewissen Stadtteilen, in gewissen Marktsegmenten als höchst bedenklich, was aufruft, unsere Position in so einem Verfahren klar und deutlich zu benennen. Und wenn man sich die Veränderung des Wohnungsmarktes auch in den letzten Jahren angeschaut hat, glaube ich, ist die Situation zu 2015 durchaus noch mal eine andere und auch die Volumina sind andere, mit denen wir uns jetzt hier auseinandersetzen. Da geht es um die Interessen und die Rechte, unsere Dresdnerinnen und Dresdner zu wahren in so einem Verfahren und das professionell engagiert hervorzutragen. Wie gesagt, das haben wir ohnehin als Verwaltung auf den Weg gebracht. Wir fanden und deswegen auch noch mal ein qualifizierender Ersetzungsantrag zu dem Eilantrag der Fraktion Dissidenten, dass es uns gut zu Gesicht steht, wenn wir in so einem Verfahren mit einem starken Votum der Vertreter, der gewählten Stadtratsvertreter, der Bürgerschaft in so ein Verfahren, nicht beim Gratellium, die wir das zahlen, daten, fakten, aber auch in den weiteren Auseinandersetzungen zu positionieren. Und insofern haben wir die verschiedenen Punkte, wo man Positionen beziehen sollte, die als Optionen sind, miteinander aufgetan. Wir entscheiden heute nicht, da betont das IOS drücklich, wir entscheiden heute nicht über Wohnungseinkäufe. Da würde zwingend weitere Vorlagen, wenn man mal an den Punkt käme, mit sich führen. Insoweit ist das eine Richtung, mit der wir zur Sicherung des Dresdner Wohnungsmarktes, der Preisentwicklung, unseren Fuß in die Tür setzen. Und dass wir in der Vergangenheit als Stadt, gerade in Kartellrechtsverfahren, nicht unerfolgreich waren, wenn mich die Nordrhein erinnern, vor einigen Jahren, als wir reingekommen sind, bei den Energieversorgern, bei Fusionsprozessen, die auf dem Markt passiert sind, wo wir viel höhere Anteile dadurch erwerben konnten, bei TREWAG und Enso und in der Folge heute einen der stärksten regionalen Energieversorgung mit der Sachsenenergie im vergangenen Jahr gegründet haben, ist auch auf so ein Verfahren mal gefußt und deswegen werbe ich ausdrücklich, dass Sie zustimmen und mit dem starken Signal heute aus dem Stadtrat uns den Rücken stärken in den weiteren Verfahren und in den weiteren Verhandlungen. Soweit vielleicht dazu. Dann kommen wir in die Fraktionsrunde und bevor wir in die Fraktionsrunde gehen, würde ich Ihnen schon mal einen Vorschlag machen, wie ich nach dem derzeitigen Status quo, weil das ist vielleicht für Sie auch entscheidend für die weiteren Auseinandersetzungen, Positionierung, am Ende nach jetzigem Stand in die Abstimmung gehen würde. Wir haben ja eine ganze Menge von Ersetzungsanträgen. Das ist nicht ganz trivial, die zu werten, zu wichten und wer ist jetzt der Weitergehende. Nach meiner Einschätzung ist es so, dass ich, Freie Wähler hat hier zurückgezogen, haben wir vier Anträge noch, dass ich den weitestgehenden, den von Fraktion Die Linke sehe, deswegen würde ich am Ende ersetzen, den als erstes abstimmen, zweitens den der FDP, drittens Oberbürgermeister und viertens AfD. So, weit und damit ringfrei für die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke. Kein weiteres Wort hat schon vor uns positioniert. SPD-Fraktion, Herr Triefs. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und ZuschauerInnen im Stream. Ich glaube, wir stehen heute vor einer tendenziell einmaligen Situation in Dresden und ich glaube auch, wir müssen sie heute nutzen, auch um Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren. Der Kollege Schollbach hat darauf vorhin schon aufmerksam gemacht. Ich bin ja den Dissidenten sehr dankbar, dass sie diesen Antrag eingereicht haben und diese Initiative gestartet haben. Ich bin aber auch ebenso dem Oberbürgermeister dankbar für seinen Ersetzungsantrag. Zeigt es doch, wie ernst auch er diese Chance nimmt, die dieser Prozess mit sich bringt. Auch wenn es schizophren ist, die Fusion von zwei DAX-Konzernen im Wohnungsbereich bietet tatsächlich für uns als Stadt die Möglichkeit, auf dem Wohnungsmarkt endlich wieder mitzumischen und was Gutes für die Dresdner Mieterinnen und Mieter zu tun. Dabei sind oder verhandeln wir heute hier über ein paar Selbstverständlichkeiten. Zum einen die Verlängerung der Belegungsrechte und zum anderen die Verlängerung der MieterInnenschutzrechte. Ich glaube, das gehört zum Pflichtprogramm in so einem Prozess. Das muss auf jeden Fall gemacht werden, gerade mit Blick auf die Belegungsrechte. Wir werden diese Wohnungen brauchen. Wir werden diese Wohnungen auch zukünftig brauchen. Wir werden diese Wohnungen auch brauchen, wenn es uns tatsächlich gelingen sollte, welche in dem Fusionsprozess anzukaufen. Denn alleine, wenn ich mir anschaue, wie viele Dresdnerinnen und Dresdner jetzt anspruchsberechtigt sind auf einen Wohnberechtigungsschein, dann brauchen wir eine deutlich höhere Zahl an bezahlbarem Wohnraum in dieser Stadt, als wir das im Moment gerade haben. Wir haben aber auch eine große Chance mit diesem Prozess, nämlich indem wir mit der Wohnungen verhandeln, Wohnungen oder auch bebaubare Grundstücke anzukaufen. Weil nur so kann die Stadt Dresden wieder zum Player auf dem Wohnungsmarkt werden, was wir seit 2006 nicht mehr sind. Nur so kann es uns gelingen, wieder mehr und deutlich schneller mehr Angebote für benachteiligte Gruppen auf dem Wohnungsmarkt zu machen. Denn auch wenn Herr Blödner sagt, der Markt funktioniert hier in der Stadt, wir sehen doch immer mehr, dass größere Gruppen in dieser Stadt, nämlich die mit kleinen und mittleren Einkommen, immer mehr Probleme bekommen, eine Wohnung überhaupt zu finden, die für sie bezahlbar ist. Geschweige denn in dem Stadtteil, in dem sie sie gern finden wollen, weil sie vielleicht dort schon vorher gelebt haben, weil dort die Kinder in die Schule oder die Kita gehen. Das halte ich nicht unbedingt für einen funktionierenden Markt. Mit dem Ankauf von Wohnungen in diesem Prozess können wir auch einen Beitrag zur Stabilisierung der Mietpreise in Dresden leisten, weil wir dann eben wieder deutlich mehr Einfluss als Stadt auf den Wohnungsmarkt hätten. Und nicht zuletzt wäre es die in den letzten Monaten immer mal wieder bemühte Bazooka für die Wohnen in Dresden, unser kommunales Wohnungsunternehmen, wenn wir 5000 Wohnungen oder mehr ankaufen. Im Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters fehlt aber leider auch ein Punkt, der im ursprünglichen Antrag der Dissidenten drin war. Das ist die Begrenzung der Mietpreissteigerung auf 1% pro Jahr für die nächsten Jahre. Ich glaube, das ist durchaus schon ein wichtiger und relevanter Punkt, über den wir hier auch diskutieren sollten. Denn der leistet auch einen Beitrag zur Stabilisierung der Mieten in Dresden. Und zwar nicht nur für die betreffenden Wohnungen im Besitz der Bonovia, sondern auch darüber hinaus, weil das natürlich auch über den Mietspiegel einen Effekt hätte, wenn die Preise bei einer so großen Anzahl von Wohnungen nicht so schnell steigen in den nächsten Jahren. Davon könnten alle Mieterinnen und Mieter in Dresden profitieren. Und wenn man sich so die Veröffentlichungen und die Verhandlungen in Berlin anschaut, dann scheint gerade dieser Punkt jetzt kein großes Problem gewesen zu sein in der Verhandlung. Deswegen würde ich an dieser Stelle gern noch beantragen, dass wir den Punkt aus dem Ursprungsantrag der Dissidenten mit der Begrenzung auf 1% pro Jahr Mietpreissteigerung noch als neuen Punkt 1e in den Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters ergänzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube tatsächlich, wir haben heute hier die einmalige Chance, was Gutes für die Mieterinnen und Mieter in Dresden zu tun. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit breiter Mehrheit und gemeinsam tatsächlich heute etwas Gutes tun. Vielen Dank. So, als nächstes FDP-Fraktion nochmal das Wort gewünscht. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Dissidenten, hatten Sie ja eingebracht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist ja interessant, dass jetzt dieser Wettlauf begonnen hat. Ich muss allerdings grundsätzlich sagen, die Ernsthaftigkeit, mit der man ein Thema oder ein Problem behandelt, entscheidet sich auch ein bisschen danach, wie schnell man denn zum hat. Und ich finde es doch schon etwas seltsam, dass ein Gros der Änderungsanträge heute zwischen 14 und 15.30 Uhr auf dem Tisch geflattert sind. Zu denjenigen, die eigentlich den größten Teil des Inhaltes, auch des Ursprungsantrags und des Ersetzungsantrags des Oberbürgermeisters teilen. Ich möchte nur in einem Punkt ablehnen, nämlich, dass die Kommune in die Lage versetzt werden soll, am Markt teilzunehmen. Nun klar, diese Denkweise ist nicht ganz fremd. Sie ist allerdings auch, wenn ich mir die politischen Positionen von Freidemokraten und Christdemokraten in anderen Kommunen angucke, ist sie also von einer eigentümlichen Altmodischkeit, möchte ich fast formulieren. Weil es ist unbestritten so, dass immer schon die öffentliche Hand Marktteilnehmer gerade im Bereich sozialer Mieten war. Das ist schon bis ins Mittelalter nachzuvollziehen. Und da sage ich mal, warum entwickelt hier ein Teil dieses Stadtrates eine dermaßene Phobie und lehnt es ab unter Berufung auf Marktwirtschaft, dass die Kommune überhaupt am Markt teilnimmt. Das ist marktwidrig, was Sie hier wollen. Und aus dem Grunde ist es auch sachlich nicht gerechtfertigt. Abgesehen davon, dass das Palabra, möchte ich fast schon sagen, von der öffentlichen Verschuldung, es ist doch auch ein neoliberales Geblubberer. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn Sie nur halbwegs ein bisschen Ahnung hätten von moderner Finanzpolitik, wenn Sie sich den Kapitalmarkt angucken würden, dann würden Sie wissen, dass Sie gegenwärtig im Grunde genommen sogar für Minuszinsen solche Dinge finanzieren können. Also noch nicht einmal sozusagen auch nur einen Cent Steuergeld in eine solche Finanzierung hineinfließen muss. Also ich sage mal so, legen Sie einfach mal Ihre Beißreflexe ab, dass das öffentliche Handeln immer sozusagen an die Leine gelegt werden soll. Und geben Sie dem Oberbürgermeister ein starkes Votum, weil das ist gut für Dresden, das ist gut für die Mieter der Vonovia. Und das würde auch diesem Stadtrat eine urbane Modernität zubilligen, die ich in Ihren Vorstellungen teilweise nicht erkennen kann. Vielen Dank. Als nächstes die Freien Wähler, Herr Nietzsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schmelich, ich gestatte mir zu Beginn meiner weiteren Ausführungen direkt nochmal auf Sie drauf einzugehen. Wenn Sie wollen, dass man sich in Ruhe mit den Anträgen beschäftigt, dann hätten Sie ganz am Anfang einfach dafür stimmen können, dass wir uns im Ausschuss behandeln. Da waren Sie dagegen. Wenn Sie wollen, dass die Kommune Eigentum wird, dann müssen Sie uns zustimmen. Denn die Bürger sind Teil der Kommune und wir setzen uns dafür ein, dass die Bürger Eigentümer werden. Und wenn Sie wollen, dass man von günstigen Zinsen profitiert als Dresdner, dann stimmen Sie einfach zu. Denn die günstigen Zinsen können die Dresdner, die Wohnungen kaufen, nutzen. So weit erst mal. Meine Damen und Herren, 16,7 Prozent ist die aktuelle Wohneigentumsquote laut Wohnungsmarktbericht 2018. In Hannover ungefähr 25 Prozent, man vergleicht sich ja gerne mit so einer gleich großen Stadt. In Stuttgart 32 Prozent. Und unser Ziel ist es auch, die in Dresden zu erhöhen. Und es kann schon sein, dass man in Schwaben etwas verbundener ist mit seiner Heimat, als es manch einer ist, der hier in Dresden dagegen plädiert, dass man seine Wurzeln, die man in dieser Stadt geschlagen hat, noch etwas vertieft, indem man Wohneigentum erwirbt. Und der Meinung kann man sein, wir sind es nicht. Denn wir sind der Meinung, Eigentum verpflichtet. Und Eigentum ist der beste Schutz vor Mieterhöhungen. Und unser Leitspruch, der ist, bauen, kaufen und bleiben. Und genau aus dem Grund setzen wir uns für alle ein, die hier in Dresden ihre Wurzeln vertiefen wollen und dauerhaft im Eigentum leben wollen. Vielen Dank. Als nächstes ist die CDU-Fraktion an der Reihe. Herr Krüger, bitte. Ach nee, Herr Flemming macht es, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Eigentlich könnten wir hier schon eine Ablehnung signalisieren der Anträge der Dissidenten, des Oberbürgermeisters, der Linken. Und das begründen, dass, wie ich es vorhin schon bei der Tagesordnung gemacht habe, dass nichts von dem, was heute hier beschlossen ist, durch die Ausschüsse gegangen ist. Aber so einfach will ich es dann auch wieder nicht machen. Die Entscheidung ist so getroffen heute. Wobei ich schon gern in den Ausschüssen dann auch mal gefragt hätte, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte, dass beispielsweise die Sozialkarte im April diesen Jahres ausgelaufen ist. Was denn der, Herr Scholbach, von den Linken besetzte Bereich Soziales, was die denn verschnarcht haben, dass die Sozialkarte ausgelaufen ist vor zwei Monaten. Warum müssen wir das denn jetzt versuchen zu heilen irgendwie? Und ich vermute, wir kriegen es gar nicht hin. So, das hätte man zum Beispiel in den Ausschüssen diskutieren können. So, wir signalisieren, dass wir mit dem Ersetzungsantrag der Freien Demokraten und den Freien Wählern, dass wir damit leben können, dass wir dem zustimmen werden. Es kann durchaus in Ordnung sein oder förderlich sein für den Wohnungsmarkt, wenn man Konzentrationen beschränkt, wenn man 5000 Wohnungen veräußert. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man mal die Zahlen zusammenzählt von Vonovia und Deutsche Wohnen, dann sind wir noch nicht einmal bei dem Wohnungsbestand, den die Vonovia im Jahr 2006 erworben haben. Und damals hat niemand irgendwas von einer marktbeherrschenden Stellung erzählt, beziehungsweise war sie nicht gegeben, in keinster Weise bei 300.000 Wohnungen in Dresden. So, aber man, das kann ein sinnvolles Ziel sein, aber das sind Wohnungen, die muss nicht die Stadt kaufen. Das können Mitkonkurrenten sein, das können Wohnungsunternehmen sein, das können die Genossenschaften sein. Wenn die die 5000 Wohnungen übernehmen, ist das vollkommen in Ordnung. Bebaubare Grundstücke zu erwerben, ist ein sinnvolles Ziel. Wie gesagt, das Verschnarchen des Sozialbereichs auszugleichen mit der Verlängerung der Dresdner Sozialkarte ist auch in Ordnung. Und die Belegungsrechte über das Jahr 2036 hinaus zu verlängern, das ist auch ein Ziel, dem wir uns anschließen können. Wir werden also diesem Antrag so zustimmen. Sollte der Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters abgestimmt werden, dann bitte ich um punktweise Abstimmung, und zwar punktweise auch im Punkt 1 nach A, B, C, D, weil wir dann eben B, C, D zustimmen werden. Und den Punkt A aber ablehnen. Wir sehen überhaupt keine Veranlassung, dass die Stadt Dresden 5000 Wohnungen von dem neuen Unternehmen erwirbt, ohne ein glasklares Konzept dafür zu haben, wie sowas auch nur ansatzweise finanziert werden kann. Denn wenn man es überschläglich betrachtet, bedeutet das ein Volumen von schätzungsweise 300 bis 500 Millionen Euro. Und ob die halbe Milliarde reicht, das ist noch die Frage. Und es kann von uns keine Zustimmung finden, diese Verschuldung entweder der Stadt überzuhelfen oder sie auf ein städtisches Unternehmen abzuwälzen. Denn mindestens dann müsste auch die Stadt mit Bürgschaften eintreten und dann haben wir eine indirekte Verschuldung. Wir haben ähnliche Modelle auch für unser neues Verwaltungszentrum, aber das ist wenigstens eine Investition in die Funktionsfähigkeit der Stadt. Und da gibt es ein ganz klares Finanzierungskonzept dafür. Aber hier bis zu einer halben Milliarde oder mehr auszugeben, um linke Tasche, rechte Tasche zu spielen, das kann es nicht sein. Und es ist ja nichts anderes, denn es entsteht keine einzige Wohnung neu. Das muss doch unser Ziel sein. Wir müssen neue Wohnungen schaffen und nicht bestehende Wohnungen von links nach rechts zu schieben. Der durchschnittliche Mietpreis der Wohnur, der liegt im Moment um die 6,50 Euro. Das heißt, er liegt im Moment deutlich unter den Kosten der Unterkunft und deutlich unter den Mietkostensätzen, die die neuen Sozialwohnungen, die neuen unserer WID kosten werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, dieses Spiel zu spielen, hier hin und her zu schieben. Und es ist ja auch überhaupt nicht vorhersehbar, ob in 15 Jahren die Sozialbindungen auf 10.000 Belegungswohnungen, ich komme zum Schluss, ob die dann nicht verlängerbar sind. Deshalb muss man heute nicht vorauseilend der Stadt eine Verschuldung von mehreren 100 Millionen Euro überhelfen. Als nächste Wortmeldung, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen am Livestream. Manchmal ergeben sich in der Politik plötzlich Handlungsmöglichkeiten, so wie offene Fenster und die schließen sich dann aber auch schnell wieder. Und dann muss man Nägel mit Köpfen machen. Wir erinnern uns mal, Oberbürgermeister hat vorhin schon ein paar Punkte aufgezählt, wo die Stadt Dresden das gemacht hat. Das war auch damals der legendäre Vergleich mit der Vonovia, wo wir 10.000 Belegungsrechte gesichert haben. Der sächsische Finanzminister damals war ja CDU-Mitglied und damals hier Finanzminister und hat das natürlich hier sehr clever gemacht. Und der Erfolg hat ihm am Ende Recht gegeben. Und wir haben hier zu tun mit, ich nenne es mal, einer Fusion von zwei Giganten des Wohnungsmarktes. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum machen die das eigentlich? Wenn man so ein bisschen guckt, wer da so Anteilseigner sind, kommt man dann zum Beispiel auch darauf, dass die Investmentgesellschaft BlackRock bei beiden die größten Einzelanteilseigner sind. Bei der Vonovia 8,3 Prozent und bei der Deutschen Wohn 7,86 Prozent. Das ist in der Tat interessant und offensichtlich geht es da darum, in beiden Gesellschaften auch Gewinne zu optimieren. Und da liegt ein bisschen unser ganz grundsätzlicher Punkt, wo wir sagen, warum zum Teufel müssen eigentlich dieses hohe Gut öffentliches Wohnen, also Wohnen an der Börse als Spekulationsobjekt dienen. Und es ist natürlich klar, das Geld muss angelegt werden. Wir haben doch schon, ich würde mal sagen, Inflationchen zumindest. Wir haben kaum noch Zinsen und ist klar, der Rubel muss irgendwo hin. Und nun zur Situation in Dresden. Die Grünen waren damals aus benannten Gründen ganz konsequent gegen den Boba-Verkauf, weil wir glauben, dass es in dieser Größenordnung falsch war. Wir sind heute ganz konsequent für kommunalen Wohnungsbestand bei der WED. Und deswegen haben wir, es wurde schon darauf hingewiesen mit Linken und SPD, in der letzten Periode zum Glück diese kommunale Gesellschaft gegen viele, viele Widerstände auch hier im Rat gegründet. Und ausdrücklich will ich sagen, dass wir Grüne den OB hier unterstützen bei diesem Vorschlag. Und unsere Position ist da ganz klar beim Bundeskartellamt, sollten wir dafür werben, dass am Ende für Dresden hier was rauskommt. Und lieber Ingo Flemming, jetzt widerspreche doch sehr konkret. Diese Tagesordnungsdebatte hat ja doch Interessantes gezeigt. Wir haben hier einen OB, FDP-Bürgermeister, auch da wurde darauf hingewiesen, der im Interesse der Stadt handelt. Und der hat uns sehr, sehr deutlich gesagt, dass er uns bittet, er hat das mehrfach gesagt, dass wir ihm hier Rückenwind geben bei dieser Unternehmung. Und CDU, FDP, AfD und Freie Wähler stimmen dagegen. Sie wollen eher zerreden, statt zu handeln. Der OB hat ganz klar gesagt, es geht um politischen Rückenwind im Interesse der Stadt. Und Sie nehmen, meine Damen und Herren, dem OB hier den Wind aus den Segeln. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, warum wir es auch inhaltlich richtig finden, diese Forderung zu unterstützen. Da ist die eine Position natürlich der Marktanteil, 20 Prozent. Das ist eine gewisse Macht, die da natürlich entsteht. Und wir haben in Dresden, das kann niemand leugnen, steigende Mieten in ganz vielen Stadtbereichen. Und wir steuern mit vielen Instrumenten gegen, unter anderem mit der WED. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir das tun sollten. Die kommunale Bürgerumfrage hat ergeben, 30 Prozent Bedarf Sozialwohnungen in Dresden. Sie wissen alle, wie viel wir haben. Es ist viel, viel weniger. Wir wissen, um die Schwierigkeiten der WED, überhaupt Grundstücke zu erwerben. Und deswegen ist es richtig, über Optionen des Ankaufs nachzudenken. Und wir wissen auch um die Schwierigkeiten der Baupreisentwicklung im letzten halben Jahr. Und das ist nochmal ein Argument dafür, gebaute Wohnungen, die es schon gibt, zu erwerben. Und wir werden doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir diese Chance nicht ergreifen. Nochmal, es geht um Optionen für 5.000 Wohnungen mehr. Das ist super. Es geht darum, die Belegungsrechte zu verlängern. Auch das ist super. Und natürlich, der Hinweis ist vollkommen klar, die Finanzierung muss geklärt sein. Sie muss, und das wird auch dieser Stadtrat entscheiden. Das entscheidet nicht der OB in Berlin, indem er so macht beim Bundeskartellamt, sondern das werden wir alle gemeinsam entscheiden, wenn wir uns dazu durchringen. Wir unterstützen ausdrücklich die Bemühungen des OB, mehr Sozialwohnungen für Dresden zu schaffen. Wohnen ist unserer Meinung nach neben der Rentenfrage die soziale Frage der Gegenwart. Insofern unterstützen wir das. Wir werden die anderen FDP-Anträge, obwohl wir wirklich wahrgenommen haben, dass sie sich inhaltlich zu dem Thema wirklich befassen, aber wir glauben, wir müssen jetzt schnell handeln. Wir werden im weiteren Gang darüber reden, ablehnen. Beim linken Antrag werden wir uns enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde auf die Fraktion Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer draußen und hier im Saal. Über unseren Ersetzungsantrag ist schon gesprochen worden. Jetzt ist hier gerade gesprochen worden von Herrn Schmelig über Niedrigzinsen und dass das eine tolle Gelegenheit ist, zu kaufen. Das hört sich gut an. Das Problem ist aber dann, wenn die Immobilien des Vier-Fünffachen so teuer sind, wie zu einem Fall, wo vielleicht die Zinsen drei, vier Prozent gekostet hätten, dann nutzen wir die günstigen Zinsen natürlich auch nichts. Dann ist die Immobilie schlichtweg zu teuer. Das ist mal zum einen. Zum Zweiten muss darüber gesprochen werden, es wird ja erzählt, oder man kann den Eindruck gewinnen, dass ich nur sozialen Wohnungsbau über die Kommune engagieren muss und schon sinken die Mieten. Und es ist gut für die Bürger. Das mag im einen oder anderen Fall der Fall sein. Es kann auch krachend dagegen sein. Dort, wo linke Parteien tätig sind, in Berlin, 19. 2016, hat es nicht geklappt. Da gab es ein Wohnungspanel und da hat man mal geschaut, was dort die Mieten waren. 2016, der soziale Wohnungsbau, 8,33 Euro und bei privaten waren es 8,50 Euro. Wenn das jetzt der Grund ist, warum wir uns da groß mit einer halben Milliarde reinbewegen müssen, dann muss ich sagen, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Also sprich, es ist nicht dadurch besser geworden. Das kann man natürlich noch sagen, okay, Zustand und Qualität der Wohnung muss noch berücksichtigt werden. Das wäre sicherlich etwas zu problematisch, das zu kontrollieren. Aussichtsreich ist ja auch, an wen ist vermietet worden in Berlin. Da war das so gewesen, dass also nur 16,9 Prozent in den Genuss der kommunalen Wohnungsunternehmen gekommen waren, die als arm oder gefährdet gelten. Dafür sollte es ja auch gemacht werden. Bei den privaten Unternehmungen war der Anteil der Armutsgefährdeten sogar über dem normalen Niveau der kommunalen Wohnungsgesellschaften. Also, was ich damit sagen möchte, ist dieses Märchen, dass ich, ich muss nur das alles selbst in der öffentlichen Hand haben, damit ich zur Gerechtigkeit komme, das muss nicht immer stimmen. Und Berlin ist sicherlich nur groß genug die Stadt, um zu zeigen, dass es eben nicht so ist. Ich habe mich, geht es um Wohnungswirtschaft, ist es eben sehr wichtig, dass man auch schaut, dass, ja, wirklich diejenigen auch profitieren, denen wir es haben möchten. Man möchte ja auch eine Durchmischung des Wohnungsgebietes haben. Durchmischung des Wohnungsgebietes heißt auch, dass natürlich auch jene dort sind in dem Gebiet, die vielleicht aus einer anderen gesellschaftlichen Schicht kommen. Auch das darf zu berücksichtigen werden. Also, das ganze Konzept, ich muss nur staatlichen Wohnungsbau haben und dann wird alles gut, das ist eine Sache, die sehr riskant ist. Und jetzt auf der anderen Seite, und das muss auch gesagt werden, wie funktioniert das? In der Regel ist es doch so, jetzt spreche ich mal von was Positiven. Der Wohnungsmarkt, oder wir würden das gut hinkriegen und die Sache würde 10 Millionen plus erwirtschaften. Und dann kommt das hier in den Stadtrat zurück und dann wird das Geld verbraten. Und wenn da ein Minus rauskommt, meinetwegen 30, 40 Millionen minus, weil eben die urbane Gesellschaft sich verändert, weil viele Sachen sich verändern. Und dann wird das Minus dadurch ausgeglichen, dass eben die Bürger mehr Gebühren bezahlen müssen, noch höhere Abgaben und so weiter. Oder es werden halt andere Sachen nicht mehr möglich sein. Also, wir tun dem Bürger ein unternehmerisches Risiko auf dem Umweg aufdrücken. Das hat er eigentlich nicht verdient. Von daher sehen wir die Sachen sehr kritisch. Ich möchte nicht sagen, dass sozialer Wohnungsbau staatlich organisiert grundsätzlich ein Verderben oder schlecht ist. Aber so wie es teilweise dargestellt wird, dass das der Segen ist, Berlin hat gezeigt, dass es so nicht klappt. Und da waren ja gerade die Genossinnen und Genossen am Werk gewesen, die hätten es ja am besten können. Die rühmen sich am meisten, dass sie es können. Vielen Dank. So, damit wir erst mal die Fraktionsrunde mal durch, gibt es weitere Wortmeldungen. Herr Lichty. Sehr geehrter Herr Obergemeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Jetzt muss ich nochmal atmen. Im Grundsatz ist es ja so, entgegen der Reden von Herrn Flemming, von Herrn Blödner, dass eigentlich doch eine relativ große Einigkeit hier besteht. Weil wenn ich jetzt diesen Antrag der FDP mir ansehe, der offensichtlich von der CDU auch mitgetragen wird, wenn ich Herrn Flemming richtig verstanden habe, ja, gut, okay, das freut mich, dann ist ja der einzige Unterschied wirklich die Frage Ankauf von 5000 Wohnungen. So, da möchte ich jetzt einfach nochmal wiederholen, was der Oberbürgermeister und ich glaube auch andere hier schon mal gesagt haben. Diese 5000 Wohnungen sind eine Verhandlungszahl, mit der er beauftragt werden möchte. So, und es ist nun mal das Wesen von Verhandlungen, dass man vielleicht mit Positionen in diese Verhandlung eintritt, von denen man nicht unbedingt weiß, ob man sie voll und ganz zu 100 Prozent durchsetzen wird. Deswegen weiß ich nicht, ob wir hier an dieser Stelle jetzt eine ideologische Debatte darüber führen sollten, sind jetzt Eigentümer die besseren Mieter von sich selbst oder brauchen wir einen kommunal oder staatlich gestützten Mietsektor und so weiter. Das sind irgendwelche Debatten, die sind ideologisch hochinteressant, aber sie tun hier, glaube ich, im Augenblick relativ wenig zur Sache. Deswegen, wenn hier auch wieder gesagt wird, diese 5000 Wohnungen, naja, die kosten dann 850 Millionen oder eine halbe Milliarde oder unsummen, dann wissen wir doch alle, die sich da mit dem Thema etwas näher beschäftigen, dass dem natürlich auch ein Gegenwert entgegensteht und dass natürlich auch die Finanzierungskosten am Markt außerordentlich günstig sind, um es vorsichtig auszudrücken. Das heißt, es kommt letztendlich darauf an, was sind das für Wohnungen, wo liegen sie, wie ist Ihre Entwicklungsperspektive, wie ist der Sanierungsbedarf und so weiter und so weiter und so weiter. Das wissen wir alles nicht. Genau das ist ja Teil der Prüfung, die der Oberbürgermeister dem Kartellamt vorlegen soll und ich bin sicher, dass der Oberbürgermeister uns dann auch davon informieren wird, bis in alle Einzelheiten. Und erst wenn wir dann das wissen, können wir seriös entscheiden, wollen wir Wohnungen ankaufen, welche wollen wir ankaufen, welche wollen wir nicht ankaufen und welche wollen wir beispielsweise Genossenschaften oder auch, was mir sehr sympathisch wäre, dem Mietshäuser-Syndikat anbieten oder Bauherrengemeinschaften oder, und da gehe ich jetzt ausdrücklich mal einen Schritt auf die FDP zu, natürlich ist es auch ein legitimes, richtiges politisches Ziel zu sagen, wir wollen auch mehr Dresdnerinnen und Dresdnern ermöglichen, ein Eigenheim auch zu erwerben und auch Eigentum zu bilden. Also, für was ich werben will, jetzt kommt es tatsächlich darauf an, dass wir dem OB die Rücken stärken, dass er mit einer maximal guten Verhandlungsposition der Vonovia gegenübertreten kann und über alle Einzelheiten, wie dann die Anteile des Erwerbs sind, wer dann erwirbt, können wir uns dann noch später streiten. Deswegen bitte ich Sie jetzt wirklich, stimmen Sie dem Antrag des Oberbürgermeisters zu, stimmen Sie dem Ergänzungsantrag von Herrn Drews noch zu und das wäre doch wirklich ein klasse Zeichen, wenn wir hier dann praktisch einstimmig dem OB hier diesen Verhandlungsauftrag geben könnten und alles Weitere können wir dann noch später streiten, wenn wir uns mit der Vonovia geeinigt haben. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Brauns. Gibt es schon weitere Wortmeldungen, dass ich sammeln kann? Nein, sieht nicht so aus. Gut. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, mir fehlt in der Debatte ein bisschen die Einordnung dessen, worüber wir hier diskutieren. Was wir haben, ist ein Kartellverfahren, das Bundeskartellamt prüft, ob die beabsichtigte Fusion genehmigungsfähig ist oder nicht. Spielen wir die Varianten mal kurz durch. Wenn sie genehmigt wird, dann kommen wir überhaupt nicht in die Situation, auch nur irgendeine Wohnung zu erwerben. Wird sie nicht genehmigt, dann bleiben die Gesellschaften weiter bestehen, dann kommt nicht eine einzige Wohnung auf den Markt. Wir reden also hier über die dritte Variante, nämlich das, und nur dann kommt das überhaupt, wo wir hierüber reden, überhaupt nur dann zu tragen. Nämlich dann, wenn die Fusion mit Auflagen genehmigt wird. Und diese Auflagen müssten bedeuten, eine von den beiden Gesellschaften oder beide müssen einen gewissen Anteil verkaufen und da fällt auch Dresden drunter. Und wenn ich das mir mal bewusst mache und mir dann gucke, ob der Antrag über das alles, was wir hier geredet haben, überhaupt in diesem Verfahren hilfreich ist, dann mache ich mal ganz großes Fragezeichen. Und dann, und Herr Schmelig, da haben Sie einfach auch nicht vollständig zitiert. Das Bundeskartellamt bittet in dem Schreiben, das Grundlage unserer ganzen Debatte und Anträge ist. Ich übersetze es mal um Amtshilfe. Nämlich, damit das Bundeskartellamt beurteilen kann, ob hier entsprechende marktbeherrschende Stellungen sind oder ob es hier ein Unternehmen gegründet wird oder durch Fusion entsteht, das so etwas in einem unverträglichen Maße darstellt. So, dafür. Und dafür, ich zitiere, ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie als Vertreter einer von den Zusammenschlussvorhaben betroffenen Städte nähere Angaben zu den Mietwohnungen in niederer Stadt und deren Einzug machen könnten. Soweit, hat Herr Schmelig zitiert. Der Satz geht aber weiter. Und dann steht da, indem Sie uns statistisches Material, insbesondere zu den Kategorien, Größenordnungen usw. übersenden könnten. Da ist nichts von irgendeiner Stellungnahme, einem Aufsatz in freier Redeform gemeint, ob wir eine Einschätzung teilen, dass wir in unserer Stadt hier von beiden Wohnungen oder von diesen beiden Gesellschaften eine marktbeherrschende Stellung haben. Meine Damen und Herren, und meine Befürchtung ist ja, deswegen könnte man sich, je nachdem, ob man das will oder nicht, will das gar nicht bewerten. Aber wenn ich jetzt dran gehe, in diesem Zusammenhang sage, wir möchten aber gleich 5.000 Optionen haben, 5.000 Wohnungen zu haben. Meine Damen und Herren, wenn ich Bearbeiter wäre beim Bundeskartellamt, würde ich sofort sagen, was ist das denn? Ich möchte statistisches Material haben. Ich möchte objektives Material haben, mit dem ich beurteilen kann, was hier passiert. Stimmt das? Und jetzt kommt dann jemand, der sagt, ich verteile das Feld, das während du vorher erlegt hast, ich will 5.000 Wohnungen haben. Der hat gesagt, da muss ich doch erst mal bewerten. Meine Damen und Herren, wer Jurist unter Ihnen ist, der wird sagen, das ist der klassische Fall der Besorgnis der Befangenheit. Das, was wir hier machen, führt im Ergebnis dazu, dass der Bearbeiter sagen wird, wir nehmen das ganz bestimmt nicht ernst. Und selbst wenn er es dann ernst nimmt, derjenige, wenn eine solche Auflage denn kommen würde, allein aufgrund der Debatte, die wir hier führen, würde das angezweifelt werden. Da bin ich mir absolut sicher. Weil die Diskussion hier ist sowas von grotesk. Sie ist sowas von grotesk. Sie führt einfach dazu, dass genau das, was Sie wollen, im besten Fall gar nicht eintritt. Sie haben einfach nicht an sich halten können, zu sagen, Wohnungen auf dem Markt, die sind noch gar nicht auf dem Markt. Meine Damen und Herren, es ist völlig absurd, die Debatte, die hier läuft. Das Gegenteil werden Sie erreichen. Und das muss man denjenigen, den Bürgern Dresdens einfach mal klar machen, es ist völlig absurd, was hier läuft. Und deswegen, meine Damen und Herren, Sie können das einfach nur heilen. Nein, eigentlich, wenn Sie das ganze Verfahren sofort beenden. Aber nein, wir haben uns entschieden, wir stimmen dem FDP-Antrag zu, weil da wenigstens noch das Beste drin ist. Nämlich, dass, wenn dieser Fall eintritt, dass dann diese Wohnungen verkauft werden können, an jeden Bieter, der es macht. Und selbst wenn das nicht da drin stünde, wer sagt uns denn, dass wir die Wohnungen ermagen können? Es wird keine Auflage geben, der Kartallbehörde, es sind der Staat zu einem Preis sowieso die Wohnungen zu machen, sondern sie müssen sie verkaufen. Und selbst wenn man das noch wieder macht, verkaufen, wir wollen Strafrat, großer Beschluss, wir wollen die kaufen. Meine Damen und Herren, das ist die beste Preistreiberei, die man sich überhaupt nur denken kann. Das ist völlig absurd, was hier abläuft. Es ist völlig absurd. Meine Damen und Herren, und eigentlich, und dann komme ich zum Schluss, wäre das Sinnvollste im Sinne des Antrages, Sie ziehen ihn alle ganz schnell zurück. Vielen Dank. Herr Sonder, gestatten Sie mir nochmal einen kurzen Kommentar. Jeder liest aus dem Schreiben des Kartellamtes das, was er gerade für seine Argumentation für richtig empfindet. Da gibt es einen vollen Satz und eben halt auch noch ein bisschen mehr Aufforderung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich will das auch nochmal ganz deutlich sagen. Es gibt auf der einen Seite natürlich das Kartellrechtsverfahren und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich auch außerhalb von Kartellrechtsverfahren miteinander in die Diskussion hineinzukommen, wie es im Übrigen ja auch, weil natürlich geht es um ganz andere Thematiken, um Marktentwicklung für große DAX-Unternehmen und ich sage es mal, Entschuldigung, nie um für das Unternehmen, für die Fusion, für die Bestände, das, was Püppel hier in Dresden ist. Aber für uns ist das Püppel hier in Dresden schon enorm wichtig, unsere Position da ganz deutlich zu formulieren. sowohl mit allen Zuarbeiten eine starke Position beim Kartellamt zu haben, aber auch ein deutliches Signal in die Unternehmenszentralen nach Bochum und Berlin zu schicken. Freunde, hier ist ein Problem in einigen Stadtteilen in der marktbeherrschenden Position. Und wenn euch die Fusion in der weiteren Unternehmensentwicklung wichtig ist, sollten wir vielleicht miteinander in die Gespräche hineinkommen. Und dafür ist eine deutliche Positionierung des Stadtrates außerordentlich hilfreich. So, meine Damen und Herren, gibt es weitere Wurzmeldungen? Sonst würde ich noch mal ganz kurz wiederholen, wie das Verfahren der Abstimmung von mir vorgesehen ist. Ja, ich würde es gleich noch mal kurz erläutern und dann mache ich gerne einen Geschäftsordnungsantrag. Also nach derzeitigem Stand der Dinge sehe ich es so, und das wäre es vom Verfahren hier einfasster, der weitestgehende Antrag ist für mich der der Linke, den würde ich zuerst als Ersetzung abstimmen. Dann als Zweiten den FDP, als Dritten, ich würde das mal als Ersetzung gemeinschaftlich machen, weil es macht es vom Verfahren hier leichter, dass der OB-Antrag erweitert um den Punkt, wie es die SPD beantragt als Ersetzung ist. Dann als Viertes OB-Antrag Ersetzung so und als Fünftes AfD. In dieser Abschichtung würde ich da durcharbeiten. So, jetzt Geschäftsordnungsantrag. Angesichts der Komplexität und auch der Kurzfristigkeit bitte ich noch mal eine fünfminütige Auszeit zur Absprache. Okay, ich glaube, es ist für mich so ein wichtiges Thema, sollten Sie uns nehmen, diese Zeit, also fünf Minuten Auszeit. Und wie gesagt, deswegen wollte ich auch vorher noch mal vorstellen, wie das Abstimmungsverfahren laufen würde. Vielen Dank. 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 Herr Oberbürgermeister, Herr Oberbürgermeister. Ich hoffe natürlich sehr stark, dass der Ersetzungsantrag der Linken eine Mehrheit findet und Sie mit diesem Mandat in die Verhandlungen gehen. Ich glaube nicht ganz, dass Sie über Nacht zum Sozialisten geworden sind und dass sozusagen das alles ganz, wenn wir sagen, vertrauensvoll gehandhabt werden kann. Sie haben sich gegen das Kooperative Bauland, Sie haben sich gegen das Kooperativ ausgesprochen, Sie haben sich nicht darum gekümmert, um die Rechtsverstöße von Bonovia, gerade auch was die Betriebskosten betrifft, also da ist schon ein gewisses Misstrauen da. Ich stelle also den Antrag, dass, falls möglicherweise der Antrag der Linken nicht angenommen wird oder aber auch der Antrag der FDP nicht angenommen werden sollte, dann der Punkt E der FDP ergänzend zu ihrem Antrag abgestimmt wird, als Ergänzungsantrag. Es besteht ja eine große Einigkeit hier im Raum, dass die Sozialkarta, die Dresdner Sozialkarta fortgesetzt werden soll. Im Punkt 1.5 der Sozialkarta steht drin, die sogenannte Mieterprivatisierung wird, wie auch vom Gesetz vorgesehen, Vorrang vor Verkäufen an Nichtmieter haben. Dabei wird den Mietern für zum Verkauf stehenden Wohnungen ein um 15% unter dem Marktpreis liegendes Angebot von der Wohrbahn Dresden GmbH unterbreitet werden. Wohnungen, die sich zum Zeitpunkt der Veräußerung im Verkaufsbestand befinden, sind hiervon generell ausgenommen. Ich denke, wir wissen gar nicht so ganz genau, was eigentlich von der Charta noch gilt und was nicht gilt, aber ich denke mal, dass wir uns an die Charta gebunden fühlen sollten. Sie ist auch nochmal verlängert worden. Darüber hinaus muss man ja auch beachten, 35.000 Wohnungen stehen drin in der Sozialkarta, dass die ständig von der Wohrbahn gehalten werden sollen über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, wer die Marktmacht der Vonovia und der Wohrbahn-Gesellschaften in Dresden beklagt, müsste dann auch diesen Passus ändern, dass sie auch kleiner werden könnte als 35.000 Wohnungen. Aber insofern beantrage ich, dass der Punkt E ergänzend zu Ihrem Ersetzungsantrag abgestimmt wird. So, weitere Wortmeldungen, Anträge jetzt. Ansonsten will ich nochmal, der ist ein Punkt Eftes, ich würde es gleich nochmal sagen. Also, wie würde ich jetzt verfahrenstechnisch vorgehen? Als erstes steht als weitestgehendster Antrag Fraktion Die Linke zur Abstimmung ersetzend, ist er zugestimmt, ist das beschlossen. Bekommt er keine Mehrheit, kommt als nächstes der FDP-Antrag und bekommt er eine Mehrheit, ist beschlossen, ist vorbei. Bekommt er keine Mehrheit, gehen wir dann in den OB-Antrag punktweise und da würden wir neben den Punkten, die da sind, da ist beantragt worden von Herrn Flemming, den Punkt A separat abzustimmen. Dann wird zusätzlich ein Punkt E, der Punkt 3 wäre aus dem Dissidentenantrag, also wo es um die Mieterhöhung maximal 1% geht und einen Punkt F, wie gerade beantragt, der dann der Punkt E wäre aus dem FDP-Antrag wieder aufnehmend. Die werden alle punktweise abgestimmt und dann der ganze Rest und würde das eine Mehrheit haben, wäre das dann bestätigt. Bekommt das keine Mehrheit, dann kommt der AfD-Antrag zum Tragen, der sich bezieht auf den OB-Antrag, aber ihn nochmal ein bisschen abschwächt und deswegen, sagen wir mal, hinten dran steht. Und wenn das keine Mehrheit hat, dann wäre der Dissidenten-Originalantrag dran und wenn der auch keine Mehrheit hat, gehen wir mit den Herrn Händen raus. So vielleicht vom Verfahren. Herr Nietzsche. Ich beantrage, dass alle Punkte des Änderungsantrags OB-Gesetz, dem Fall, dass es soweit kommen sollte, punktweise abgestimmt werden. Alle. A, B, C, D, E und F. Also, auch das machen wir kein Problem. So, dann steigen wir ein in die Abstimmung. Zunächst darf ich jetzt den Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. 12 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen bei 24 Enthalungen, damit abgelehnt. Wir kommen zum FDP-Ersetzungsantrag. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Verhindert unsere Brüste. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. 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 Ein Jahr weg. Also, wenn jetzt hier so, dann mache ich Wiederholung der Zählung und mache nochmal Auszählung, damit das ordnungsgemäß ist, sind so wichtige Entscheidungen, die sollten sauber gemacht werden. Also, nochmal, wer für den FDP-Antrag ist, den bitte ich jetzt um das Stimmen, also den Ersetzungsantrag FDP. Gegenstimmen. 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 Und Stimmenthaltung. Und Stimmenthaltung. Und Stimmenthaltungen. Also, das hat eine Mehrheit mit 36 Ja-Stimmen zu 35 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung gebracht und damit wird das so beschlossen. Damit sind die weiteren Punkte erübrigt. Herr Schollbach. Und Herr Schollbach, am Geschäftsrunden. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Hilbert, Sie haben ja Rückenwind für Ihren Antrag verlangt. Was Sie hier gerade gemacht haben, ist dafür gestimmt, Ihren eigenen Antrag, den Rückenwind, zu nehmen und ein dickes, fettes Loch in Ihr Boot zu bohren. Und da sage ich, da sollten wir jetzt mal das nochmal ganz genau feststellen und deshalb beantrage ich Wiederholung der Zählung. Da gucken wir nochmal ganz genau, wie Sie abstimmen. Wiederholung der Zählung namentlich und dann darf ich bitten, die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen und dann. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Karniewski, Herr Kieschling, Frau Grause, Herr Krüger, Herr Lazinski, Leolenz, Herr Leolenz, Herr Lichty, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloni, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Frau Nikolov, Herr Nietzsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Schanetzki, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmelig, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirtz, Herr Zastrow, Herr Hilbert. Herr Schmel, Herr Krüger, Herr Schicks, Herr Schmel, Herr siguientereto, Herr Schmel, Herr Schmel. Herr Schloss, Herr Sundays, Herr Schmel. Herr Schmel, Herr Schmel. So, das Ergebnis der namentlichen Abstimmung lautet 36 Ja, stimmt bei 35 Nein, stimmt. Damit wäre der Ersetzungsantrag angenommen. Und ich würde vielleicht in dem Zusammenhang auch mal Gebrauch machen, eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten zu erklären. Erstens, wenn man sich den FDP-Antrag anschaut, schließt er auch ein kommunales Wohnungssegment nicht aus. Und zum Zweiten geht es auch darum, in so einem Verfahren, dass wir nicht um jeden Preis die Option ziehen, sondern sie sehr wohl in dem Angebot mit und in Verhandlungen mit der Landeshauptstadt Dresden und schon ein attraktives Angebot machen müssen, dass die Stadt auch davon Gebrauch macht. Insoweit interpretiere ich für mich, dass es beispielsweise an Genossenschaft und anderen Wohnungsunternehmen schließt aber auch ein kommunales nicht aus. Frau Filiusine. Ja, da möchte ich jetzt auch eine persönliche Erklärung abgeben. Herr Oberbürgermeister, Sie haben sich vorher zweimal die Mühe gemacht, ganz genau auszuklamüsern, in welcher Reihenfolge Sie abstimmen lassen. Das wäre die Gelegenheit gewesen, uns zu informieren, dass Sie letztlich Ihren eigenen Antrag zurückziehen, denn nichts anderes tun Sie, wenn Sie dem gar nicht mehr zustimmen. Also das wäre ein Signal gewesen. Ich war vorhin Ihnen gegenüber auch ganz offen, wie unser Abstimmungsverhalten sein würde. Und das erwarte ich eigentlich in Gegenseitigkeit auch dem Rat gegenüber. Das war mir wichtig, hier mal zu sagen. Applaus Man muss zählen.